Hallo und herzlich Willkommen zurück bei den Amtsgamer. Mir spielt wieder Kollege Wasti, B.E. und G. Ja, wir spielen Awesome Loud. So, vielleicht könnt ihr ja heute mal sehen, dass wir verlieren, aber ja, erwartet euch das. Oh, der Map. Noch nie oft schuld, nicht so oft schuld, aber nicht so gut. Wie schaut es oben aus? Ja. Das war ein sehr taktischer Map. Ach, verdammt. Guck mal. Ach, du hast den Spruck nicht gesehen von mir, der war echt so schlecht. 2 Gegner zur Ausfall springt in die Wund hinein. Was ist denn der Wicht? Nein. Das war super getapft. Ich habe nicht gesehen, dass ich hier... Man muss bei der Rayleigh auch mit diesen Schuss runtergehen. Wir sehen, wohin man schiert. Leon war zum Obfuhlen. Danke. Genau so. Und so teilt man sich das wieder an. Ich habe mir gedacht, dass du es ansprechen wirst. Mit dem Schuss von der Rayleigh kann man ja eben auch, weil er sehr angsteinflößend ist, kann man das auch taktisch nutzen. Wenn du jetzt weißt, wo ich stehe, kannst du den einfach mit dem Schuss anleiten. Ist er weg. Jetzt haben wir leider nichts. Ich habe mich nicht erwischt. Ich habe mich nicht erwischt. Ich habe mich nicht erwischt. Das ist schon wieder. Das ist eigentlich schon wieder. Hast du das gesehen? Ich bin mit Anstrichen weghummen und der Fuchs, die Foxy konnte so einen Sprung. Ich bin damit weggekommen. Ach genau. Ich glaube nicht. Ich bin damit weggekommen. Ich glaube nicht. Ich komme oben wieder. Oxy ist oben, wenig, lebens nicht. Ah, dann wieder ausgefüllt. Gibt's nichts. Dafür sind ein paar die Türme schon ziemlich gepusht. A, wie es ich so gut sagt? A, 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 B, L, A... A, B, L, A.. A, B, L, A... A, B, L, A... war wir können den Doppelsprung wir wollen mich verziehen jetzt bin ich nicht so besonders gut aber unser Mitspieler das auch nicht schlecht ich würde auch schön pushen oder quasi im Alleingang das fertig macht ja nicht nicht mehr nicht mehr nicht mehr Ich brauche dich schade 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 ja ja haben sie auch schön vorbereitet unten fliege zurück hm haben wir jetzt schon ein bisschen zu viel gespielt wollen wir nicht übertreiben hier Wir werden mal oben kommen. Achtung, Foxy. Na! Ja, der hat er gut koordiniert. Aber ich bin trotzdem schneller. Ihr turd ist unattachet. Cool. Fire time! Ihr turd ist unattachet. Es gibt ein Glick, dieser Foxy. Unglaublich. Ich hoffe, er schafft man es. Das ist irgendwie schwierig da mit dem Turm da oben. Ja. Das gibt's nicht irgendwie. Ja, der Scheiße. Wir haben jetzt zu viel gewollt. Aber den an ihr Turm hat jetzt trotzdem massig schon abgekriegt. Mhm. Und unsere stehen noch. Außer unteren. Außer unteren. So? Ich würde schlecht sagen. Ja. Oder? Ja. Peter war auch noch. A Striche. Okay. Jetzt werden sie sich also auf dem unteren konzentrieren probieren. Sind sie oben? Ja. Und jetzt, sie laufen mir noch unten jetzt. Zumindest die Foxy lasst mir noch. Tag noch! Wir haben mal die Verlaufsammlung von den Linien vor der Ausbauung. Nur mit den Wiesen, ob der da durchkommt. Okay. 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 vorbei. Jetzt geht noch. Dann ** Dann gehts das nicht. wife Processall. Wenn ich퍼 interfaceıyorum habe. Oh, das ist ein spannender Kampf da. Ja, zu dem. Der Turm ist jetzt wirklich schwierig zum Einnehmen. Achtung! Schau, es geht weg. Na, Alter, komm! Das gibt es ja gar nicht. Na, jetzt wird es schwierig. Alle drei unten. Ich spawne noch. 4, 3, 2, 1. Blast off! Na, jetzt lassen wir ein bisschen noch. Ein bisschen mehr Zommer bleiben. Kollege Wasti. Ja, ich bin hier. Wo sind Sie? Ja, ich bin auf dem Weg. Ja. Ich habe einen Koupon für das. Da macht es wenig so lang. Der Turm ist eh schon so gut wie... Da stört. Ah, nicht schon wieder. Was? Hä, Alter, der kann meinen Schuss... Wie hat jetzt bitte meinen Schuss blocken können? Verständnis. Der hat mich jetzt irgendwie gedasht. Und zwar dahin gewesen. Boxy oder Leon? Was? Ja, mit der Zunge macht er das, oder? Das kann gut sein, weil ich es nicht mehr gesehen habe, weil ich ganz nah zusammengestanden bin. Also, mit ihm zusammengegangen bin. Ja, den verlieren wir jetzt wahrscheinlich. Den Turm ist der Fährer hin. Und ich. Was schlecht ist, weil der Leon... Schon... Sieben... Sieben Fährer waren, wo er das letzte Mal gestorben ist. Ich weiß nicht, warum der nicht mal lang geht. Der geht jetzt mit einem vierten Energie. Sieben. 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 Sieben, es gibtagemen. Sieben. Sieben. Sieben, vielen Gütern. Die sind. Sieben, Tiere. Sieben, Müulin. Sieben, perché! Siebenну, dass Sie Alliance haben. wir haben es bei mir mit anstrich er kommt er kommt zurück im okkot zuvor ich bin tot hier sind die K das war nicht seine nicht seine erfolgreiche Partie der Leon ist ziemlich gefährlich der Wiesbaden zu tun er kommt unsichtbarer her ja dann bist du oben? ich bin unten dann komme ich auch unten das sind alle drei dort vorne jetzt na komm okay das spiel ist vorbei zwei Striche noch ja das weil die ganzen Bots durchgerufen sind ja das weil die ganzen Bots durchgerufen sind hilft mir Ja, ja. Unabhängig groß damit. Wenigstens das Leben noch in... ...um Sieg gerettet. Ja. Mit einem Strich. Spielerisch eher schwach von uns. Ja, es war mehr Glück, dass wir als Kunan haben. Am Anfang war es nicht so schlecht. Naja. Naja, aber dadurch, dass da scheinbar... Ja, wir haben sehr stark nachgelassen. Ja. Sehr viele Attacke nicht getroffen. Und viel zu oft schwirren. Also in Anfangsdrittel ist das ganz bitter, wenn man da stirbt. Also, das ist meistens schon eine Entscheidung. Die haben es halt ein bisschen versammt, um noch mehr zu pushen. Das muss man halt auch sagen. Ja. Der unten ist unser Lone Star halt ganz allein durchgegangen. Und ja, wir waren auch zu zweit oben und die haben halt probiert, oben irgendwas zu machen. Ja. Wenn dann gleich mal zwei Türme fallen, die haben den komplett unten anscheinend ignoriert. Und die hast du nur durchradiert. Das war unser Glück, dass die dann im mid- und late-game nichts auf die vier stellen und kennen da. Ja, genau. Aber wir haben gewonnen. Das ist das Wichtigste. In dieser Szene. Bis zum nächsten Mal. Bei den. Amtsgeimann. Amtsgeimann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.